Bei uns hat der Vater selbst, der 64-Jährige, um viertel vor eins auf der Einsatzleitstelle angerufen, hat sich dort gemeldet und mitgeteilt, dass er soeben seinen Sohn getötet hat und sich jetzt selbst richten wolle. Wir sind dann sofort natürlich zu dem genannten Ort gefahren, haben dort aber nur noch die beiden Personen tot auffinden können. Es waren auch Rettungsmaßnahmen leider nicht mehr möglich. In diesem Fall ist es natürlich besonders dramatisch, weil man vielleicht auf dem Weg zum Einsatzort noch die Hoffnung hat, dass es nicht so kommt wie befürchtet, denn der Vater zumindest hat zunächst noch gelebt und möglicherweise hätte man ja auch noch den Sohn retten können, das sind zumindest die Hoffnungen. Beide Leichen waren außerhalb eines Fahrzeugs, das war offenbar das Fahrzeug des Vaters gewesen und bei der Tatwaffe hat es sich um ein Gewehr gehandelt, eine Langwaffe. Möglicherweise war der Täter bzw. der Vater als Jäger tätig. Es sieht ganz danach aus, als wenn im familiären Bereich die Hintergründe der Tat zu suchen sind. Letztendlich haben Vater und Sohn allein gelebt, es gibt eine getrennte Frau, wir haben ein bisschen im familiären Umfeld recherchiert und im Moment sieht es danach aus. Die gesamten Ermittlungen sind natürlich nicht so aufwendig wie bei einem Tötungsdelikt, bei dem der Täter noch am Leben ist. Das versteht sich von selbst, dafür ist dieser Fall natürlich umso tragischer. Letztendlich bleibt uns dann jetzt noch ein Todesermittlungsverfahren, denn ein Strafverfahren wird gegen Tote nicht ermittelt.